Ja, gehen wir nicht mehr, ne? Ja, dann. Geht, Romeo, guck mal rein. Hallo, ähm, bonjour mein Name. Ich bin die Falle von Daniel Flüttel. Ja, das muss man hören. Ja. Ja, es war ja nur keines gelangen. Und ich weiß ja gar nicht, wieso wir wollen keine Ahnung. Nur so. Ähm.